Was sind die Gefahren einer Pestizidbelastung? Pestizidexposition kann verschiedene Gefahren verursachen, die die Gesundheit einer Person beeinträchtigen können. Abhängig von der Chemikalie und der Menge des Pestizids, der einer Person ausgesetzt ist, variieren die Reaktion des Körpers und die daraus resultierenden Gesundheitsprobleme. Bei der Exposition gegenüber Pestiziden können Menschen und Tiere eine Reihe von Gesundheitsproblemen wie Nervenschaden, Krebs, Geburtsfehler und sogar Tod erleiden. Die Symptome treten normalerweise schnell auf, sobald eine Person Pestizidexposition erlitten hat. Zu den Warnzeichen einer Exposition gehören Kopfschmerzen, Haut- oder Augenverbrennung, Erbrechen, Muskelschwäche und Müdigkeit. Wenn eine Person selbst in geringen Dosen wiederholt Pestiziden ausgesetzt ist, steigt das Risiko für die Entwicklung einer schweren Krankheit wie Krebs. Obwohl die schädlichen Auswirkungen einer Pestizidexposition durch sofortige und angemessene ärztliche Behandlung verringert, und sogar verhindert, werden können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass lebenslange gesundheitliche Komplikationen auftreten, bei chronischer Exposition gegenüber Chemikalien viel größer. Schädlingsbekämpfungsmittel werden in erster Linie dazu eingesetzt, um das Eindringen oder die Schädigung von Pflanzen jeglicher Art zu verhindern. Es gibt mehr als 1000 Chemikalien, die als Pestizide betrachtet werden können. Zwei gebräuchliche Arten sind Insektizide, mit denen verhindert wird, dass Insekten Nutzpflanzen schädigen, und Fungizide, mit denen die Ausbreitung von Pilzen kontrolliert wird. Varianten von Pestizidchemikalien werden auch verwendet, um Nagetiere, Bettwanzen und Milben abzutöten, die häufig Haushalte befallen. Im Laden gekaufte Insektensprays sind möglicherweise nicht effektiv genug, um Masseninvasionen dieser Schädlinge zu töten. Daher verwenden Fachleute normalerweise spezielle Pestizide, um sie erfolgreich zu beseitigen. Pestizide sind zwar nützlich, da sie verhindern, dass Produkte beschädigt werden oder Insektengebäude befallen, die damit verbundenen Gefahren sind jedoch schwerwiegend. Pestizide können zur Vergiftung von Menschen und Tieren führen, die unwissentlich mit ihnen in Kontakt kommen. Die Wahrscheinlichkeit von Gesundheitsproblemen aufgrund der Exposition gegenüber Pestiziden hängt in hoher Masse nicht nur von der Art des Pestizids ab, mit dem eine Person in Berührung kommt, sondern auch von der Menge, der sie ausgesetzt war. Pestizidexposition kann durch drei Hauptkontaktarten auftreten, Hautkontakt, urale Kontamination und ein Atmen. Die Exposition gegenüber der Dermis tritt auf, wenn ein Pestizid mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Dies kann Menschen passieren, die Pestizide falsch oder ohne geeignete Schutzkleidung und Brillen verwenden. Orale Pestizidexposition tritt auf, wenn eine Person Produkte isst, die Pestizidrückstände enthalten. Das Einatmen eines Pestizids tritt auf, wenn eine Person Pestizide einatmet, wenn sie diese verwendet. Diese Art der Pestizidbelastung tritt im Allgemeinen bei Arbeitern auf, ZB-Landwirten oder Personen, die in Umgebungen arbeiten, in denen Pestizide hergestellt werden.